Das Sport- und Ferienzentrum Rauenstein liegt mitten im Herzen Deutschlands, im südlichen Thüringer Wald. Sanft an einen sonnigen Südhang geschmiegt und umgeben von Wald und Wiesen, ist das Feriendorf das ideale Ziel nicht nur für Klassenfahrten und Jugendfreizeiten, sondern auch für Trainingslager, Familienfreizeiten und Firmen-Events. Die 15 Finnhütten bieten Platz für bis zu 150 Personen, aber auch kleinere Gruppen können die Anlage buchen. Es stehen mehrere Selbstversorgerküchen, Speisesäle und Seminarräume, sowie eine zusätzliche Bewegungshalle zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, Halb- oder Vollpension in der direkt anliegenden Gaststätte einzunehmen. Ob Schulklasse, Sportverein, Kirchengruppe oder Firma, im Ferienzentrum Rauenstein kann man Gemeinschaft erleben. Zahlreiche Outdoor-Programme sind nutzbar. Vier Tischtennisplatten und ein Rasenvolleyballfeld stehen kostenlos zur Verfügung. Die Anlage verfügt zudem über kostenloses WLAN für Leiter und Lehrer. Das Freibad liegt wie der Sportplatz direkt am Feriendorf. Was gibt es Schöneres, als an einem herrlichen Sommertag die Fluten des Freibades zur Erfrischung zu nutzen? Der Eintritt für alle Gäste des Ferienzentrums ist stark ermäßigt. Die Nutzung des Sportplatzes bzw. des Trainingsplatzes sind für unsere Gruppen kostenlos. Die Finnhütten sind modern, praktisch und zweckmäßig ausgestattet. Jede Finnhütte verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche, Waschbecken und WC. Der Ort Rauenstein ist zwar sehr klein, er verfügt aber über eine lange Geschichte, eine Burgruine, ein Schloss und mehrere Museen. Hier entstand vor langer Zeit das berühmte Rauensteiner Porzellan. Und hier ist auch die Heimat der so beliebten Schildkrötpuppen. Direkt vor der Haustür kann man in einem der goldreichsten Flüsse Deutschlands Gold suchen. Zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Bogenschießen, Hochseilklettern, GPS-Tracking und Floßbau kann man auf dem Gelände oder in der Umgebung durchführen. Nur etwa einen Kilometer von der Anlage entfernt befindet sich der Bahnhof Rauenstein. So können Gruppen auch mit der Bahn anreisen. Auf Voranmeldung übernehmen wir kostenlos den Koffertransport vom Bahnhof bis zur Anlage. Das Ferienzentrum Rauenstein ist buchbar bei der Young Hotels GmbH, unten Ende 36 26817 Rauderfehn. Die Telefonnummer 049 52 890 98 38 oder im Internet unter www.younghotels.de Das Ferienzentrum Rauenstein